namaste herzlich willkommen zu einem neuen video semi und ich gucken uns den trailer von street dancer in 3d ich glaube ich meine es gibt noch andere street dancer film aber die nicht gesehen und ich sehe jetzt schon mal der trailer 50 million klicks nach einer woche ich denke zu sehen ist warum da waren schrader kapur nora fatihi lese ich da interessant ich wusste nicht dass sie auch eine rolle spielt in den filmen aber okay dann lass uns mal mit dem schalter kann man da auch mal mitspielen india und pakistan also deutsche untertitel das ist cool mit diesen special effects so man sieht war klar dass sie dann in dem trailer so was geht mit der Wir haben das beste Team. Wir haben nur ein Team auf jeden Fall. Was? 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 Oh, ja. Aber das war auch immer so, wenn du ein paar Leute gehst. Ich habe mich so irgendwann Pitch Perfect erinnert, so ein Getanz-Wettbewerb. Nur viel ernster. Oh mein Gott! Das ist Radha Kapur so hübsch hier. Oh mein Gott, ihre Augen. Hey, cool. Also, cool. Auch interessanter Film und ich sehe nur Rafa T hat mehr Roll. Also eine größere Rollanschein und cool. Sie hat natürlich mit ihren kleinen Moves, die sie schon im Trailer hatte, geglänzt, die auch richtig geil aussah. Ja, die haben schon zwei Lieder veröffentlicht. Mook Abla und Garni. Garni ist sogar mit Norafa T. Wir werden die auf jeden Fall abchecken. Schaut euch dann auch an, die Reaktion. Ich will den Film sehen. Ja, also ich stehe auf solche Filme eigentlich so mit Competition oder so Länder gegeneinander. Ist einfach geil. Und hoffentlich Happy End. Ja, hoffe ich auch. Ja, cool. Falls euch die Reaktion gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, kommentiert, Vorschläge. Ja, der Film kommt ja wohl auch Ende Januar in den Kinos. Ich hoffe auch in Deutschland. Dann könnten wir es vielleicht mal auch angucken. Das wäre cool. Ja gut, dann sage ich schon mal tschüss und bis zum nächsten Video.